Wir machen die einfach mal. Das ist die mit den Blöcken, ne? Okay, warte mal. Wir wollten doch erstmal wissen, welche Farbe und so. Ich bin rosa. Ich bin purple. Ich sag's nicht. Ich bin blau. Oh, come on. Oh, nein, das ist ganz falsch. Okay, warte, 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 stopp. Ich mach nur Levels direkt. Die haben wir noch gar nicht gespielt. Boah, das kriegt most of motion sickness. Also, ich weiß nicht, welche das war. Die mit dem X vielleicht? Nein, die haben wir noch nicht gespielt. Ja, dann spielen wir jetzt einfach putz. Nee. Irgendeine. Irgendeine. Scheiß drauf. Wir spielen einfach die mit dem Seil und dann finden wir uns da mal zurecht. So. Wir sind jetzt alle mit einem Seil verbunden, wenn wir es verknoten, so wie grün gerade. So, jetzt einfach alle der Reihe nach rauflaufen. So, ihr seid so. Nach rechts am besten. Nach rechts. Sehr gut. Eine Map geht immer. Es wird ja gern, aber gelb geht nicht. Komm, 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 komm. Nicht auf mich springen. Blau. Hallo, ich werde mitgezogen. Ja, weil wir verknotet sind jetzt. Ich bin in die blauen sind. Ja, rauf jetzt. Ja, und jetzt hoch da. Rauf, komm, geh. Geh, geh, geh. Gelb ist der Wirt. Nein. Nein, Mann. Warum denn nochmal? Spring, spring, spring. Los, zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh. Zieh, zieh. Zieh, komm. Oh. Jetzt springt euch da runter. Zieh mal genau wieder hoch. Komm, wieder hoch. Zurück, zieh, zurück. Jetzt fängen wir. Ah, wieder. So. Nur durchschnuppen. Okay, 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 okay. So, jetzt. Lila. Wartet da kurz. Lila. Wartet da kurz. Wartet da kurz. Wir machen jetzt da eine Treppe drauf. Eine kleine Treppe bauen. Ich stehe ja schon hier. Der Riss muss hoch. Okay. Ja, die Eins müsste doch zuerst, sonst verknoten wir. Ist doch egal. Ist doch egal, aber die Eins hat sich nicht bewegt. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt zieht Grau nach. Perfekt. Jetzt nur zwei Baumeln lassen. Zwei Stück Baumeln nur. Zwei Baumeln. Und jetzt. Sieben real life. Ja, Grau hat reingeschaut. Okay. Okay, und jetzt rechts, 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 rechts. Und jetzt die anderen hochziehen, hochziehen, hochziehen. Zieh, 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 zieh. Gut. Einfach. War doch easy. Super einfaches Spiel. Das ist für Lamer. Das ist für Lamer. In die Türe. Gelb. Und es geht los. Das ist für die Lamer. Hugo. Ja. Mag dich. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Oh ja. Stopp, stopp, stopp. Vorsicht. Auf diese weißen Dinger kann man nur einmal draufgehen. Danach sind die weg. Oh. Okay, das war bestimmt nur ein Versehen. So, alle auf meinen Kopf. 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 Ich geh schon mal. Oh mein Gott. Kammer. Kommt ihr? Kommt ihr nach? Hallo? Ich bin bei so einem Game schon einfach. Nicht nur bei den Games. Sorry. Ah, jetzt. Ja, was? Lauf, Hugo. Hugo, lauf. Ich bin nicht, Hugo. Jetzt spring. Spring. Wir sind nicht hoch genug. Wir sind nicht hoch genug. Ja, weil die letzten beiden nicht hoch wollten. Ja, ich konnte ja nicht, weil Pink das war. Okay, okay, pass auf. Ihr geht jetzt alle auf meine Schultern. Alle auf den Dicken, alle auf den Dicken, alle auf den Dicken. Ihr bestreigt mich jetzt alle. So sieht ihr übrigens auch Eventplanung aus. Oh nein. Wer hat mich denn runtergeschubst? Man kann keinen schubsen. Du hast mich geschubst. Man kann keinen schubsen. Okay, alle auf meinen Kopf jetzt, alle auf meinen Kopf. Ich mach das, trust me. Alle auf Lila, alle auf Lila. Alle auf Lila. Ich bin auf Lila, komm, alle auf mich rauf. Mach das, trust me. So sieht die Planung aus, wenn Schlo und ich im Urlaub haben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warte mal. Jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Bin schon da, bin schon da. Hast du wieder mit Chat geredet, ne? Nein, ich hab meinen Kämpfer schoben. Abfahrt. Danke, mein Bitch. Du bist gut gerettet. Das war stark. Danke. Ich hab euch. So, Alter. Den Schlüssel jetzt zur Erste Tür lassen. Gelb hat den Schlüssel. Kommt rein, kommt rein. Ja, easy. Alter. Das war voll einfach. Was für schweres Spiel, wer hat das gesagt? Wir sind ein mega das gute Team. Naja. Warte noch ab. Ach so. Links. Zwei Leute runter. Nach links. Gelb. Wir müssen. Nein, das ging so nicht. Wir müssen ja auch springen, ne? Zieht uns hoch oder lasst uns? Springen. Einer muss springen. So, pass auf. Spring, blau. Ja, warte. Geh mal wieder zurück. So, und jetzt komm mal nah an meinen Arsch kuscheln. Und Lila auch nah an meinen Arsch kuscheln. Hat nicht gereicht. Nein. Nochmal hoch. Zurück. Hoch, hoch, hoch. Zieh, 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 zieh. Zieh, zieh. Okay. Arsch kuscheln. Ich springe auf meinen Kopf. Nein, nein, nein. Ihr müsst mitspringen und die anderen uns hochziehen. Komm. Da ist ein Knoten drin. Lila. Knoten rausmachen. Komm, du springst auch von meinem Kopf. Und jetzt eins, zwei, drei. Yalla. Und hochziehen, 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 hochziehen. Easy. Ganz langsam. Ja, Mädels, wie soll das gehen? Warte, nein, nein. Wir müssen einmal durch und die, die da als letztes, die müssen als erstes. Grün, beweg deinen dick Arsch. Macht keinen Sinn. Blau muss als erstes durch haben, dann zick, zack. Blicken. Oh, was ist denn blau? Grün und lila. Hugo. Lied einfach hoch. Okay, ich bin oben. Mach hoch jetzt. Komm drauf jetzt. Los, 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 go. Die Bänder nicht an meinen Nippeln befestigen sollen. Willkommen zum heutigen IQ-Test. Er ist quiz. Ich kann mich hier gar nicht muten. Endlich nicht angebunden. Nein. Ach, das stimmt. Da war was mit den weißen Drachen. Karma, Alter. Du bist auch so ein Sack Stroh. Als ob ich umsonst stehen werde. Das spielst du auch keine Herausforderung. Das ist doch... Hier können wir, glaube ich, keinen kompletten Turm bauen. Nein, 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 nein. Wir müssen runter, runter. Wir müssen kleiner werden vom Turm. Meinst du, reicht so? Kann ich? Ja, jetzt. Boah, wie er schon auswendig weiß, wo er was machen muss. Ob das oder das schon gespielt. Alle drauf. Lila, drauf, komm. Du Affengehirn, komm da drauf. Bisschen noch. Bisschen noch. Lern wir ein bisschen dran, eigentlich. Ja, nicht durch, so. Oh, Gott, ich habe gerade die Schüssel. Okay, sehr gut. Alter, die Musik. Damit sind alle jetzt eingespielt, ja? Alle Prinzip verstanden, wissen, wie es funktioniert. Das war noch nicht die Schweren, oder? Ey, spring mal direkt zu Bowser. Guck mal, da unten links sind die so glücklich zusammen. Ja, was sind die? Ja, ja, ja. Das heißt, two players, Alter. Keine Ahnung, was es ist, aber... One Cup. Nicht das... Oh, oh, oh. Hä? Hä, wo bin ich? Warum sind wir denn zwei? Wo bin ich? Blau? Ach so, einer muss auf den Knopf und dann der andere durchspringen. Geh mal auf den Knopf. Und dann der andere auf den anderen Knopf. Ja, und jetzt du, du rüber? Oh, Schloh und Hugo zusammen. Bist du blau, Hugo? Ah, ich bin Hugo. Danke. Jetzt übernehmen zwei. Warte mal, ich bin Hugo, ne? Gelb. Gelb. Na mal. Da bin ich ja. Geh mal, ja. Kamer, du musst auf den zweiten... Und jetzt gehst du ganz schnell auf den anderen, auf den rechten. Den hier? Ja, ja, ja. Bleib, bleib. Ich kann sogar auf beiden. Gar kein Problem. Okay. Okay. Du musst schon schneller sein, ne? Jetzt los, los. Ganz ruhig. Alter, du musst... Bleib doch ruhig. Dann kannst du einfach da stehen bleiben. Warum hast du... Du kannst doch einfach da stehen bleiben. Drück jetzt. So, pass auf. Guck mal hier. Extra für dich. Ja, okay. Ich versuch's nochmal, ja? Okay, hier. Jetzt, warte. Jetzt. Ja, easy. Komm, komm. Strong, 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 strong. Oh nein. Oh nein, das finde ich. Was müssen wir machen? Doni, wir kennen uns an nicht, aber jetzt werden wir brillieren. Hey, wir kriegen das denn, das ist gar kein Problem. Ich hab absolutes Vertrauen in dich. Ich werde jetzt einfach mal diesen Knopf drücken oder so. Aber du musst von mir runtergehen. Spring doch einfach einer auf den mittleren und einer auf den rechten. Hä? Ihr müsst nach rechts. Warte, ich probier mal. So, und der andere jetzt einfach rüber, rüber, rüber jetzt. Komm, hops, hops. Und dann. Perfekt. Du hast die Lücke getroffen, Doni. Jetzt in den Mund. Das war richtig klasse, was du gemacht hast. Hopps, hopps. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Hey, es liegt nicht an dir. Wir waren trotzdem ein fantastisches Team. Lass dir nichts von den anderen sagen. Die sind nur neidisch. Ja, finde ich auch. Schloh. Ist denn blau? Schloh ist blau? Ja. Alter. Ey, what? Was? Guck mal, Schloh, wir können das kippen, ne? Okay. Karma. Karma! Ach, Karma macht wieder den Knopf, Mann. So, bist du... Ja, guck mal hier. Bist du bereit für den anderen? Boah. Stark. Also, man muss sich erst konzentrieren, zwei Sekunden, und dann weißt du, wo der Hase hinläuft. Oh Gott, die beiden. Wer ist grün? Du hast den anderen mit weggemacht, du Idiot! Wer war grün? Wer ist grün? Ich hab den aber nicht berührt. Wie kann das gehen? Hast du grün, Goyke? Ja! Sehr gut. Wow. Cool. Okay, drückst du? Machst du? Warte. Nein, nein, du musst... Bleib da... Na... Warum? Bleib doch drauf! Junge, ich schwöre... Bleibst du jetzt drauf? Ja. Tja. Komm! Komm! Hier, komm! Hier, komm! Hier, komm! Schau, ich bin nicht so wie du. Hä, warum eigentlich nicht? Angst gehabt hast. Ich bin nicht so wie du. Okay, soll ich springen? Ja, ich hab dich. Ich dreh beide an. Ja, du musst einmal links. Ja. So, den auch noch. So. Und verkackt. Ist du ready? Ja. Nein, ist er nicht. Komm, jetzt first try. Wir machen es jetzt first try. Easy. Och, komm! Alles klar. Komm, warum? Meine Fresse! Oh nein, nicht mit Goyke. Ich dachte, ich wäre erst danach dran vielleicht. Penks so auf der D-Taste, oder was? Wie? HURGOOOOO! Oh, du wolltest schon da. Bro, habt ihr kein Gehirn? Ich glaube schon, aber die wollen nicht. Nein, Gott. Jetzt geh doch weiter. Geh doch nicht hoch. Habt ihr. Davon Blockade. Oh, sorry. Ich sag dir einfach, wann ich springe, ja? Nee, nee. Okay. Sehr schön. Okay, Schlo, wir haben das. Okay. Bro, es ist wirklich nicht schwer. Willst du den oberen nehmen? Nee, ist mir egal. Soll ich? Sehr schön. Guck mal. Okay, warte. Minus. Oh. Oh. Was müssen wir denn machen? Ja, guck doch rechts, wie das weitergeht. Okay, man kann's auf beiden stehen. Hugo? Ja? Ah, ich muss mich ein bisschen kleiner machen. Warte, ich mach mich ein bisschen kleiner, dann kannst du auf mich drauf. Genau. Ja. Nee, du musst auf den Dingern stehen. Guck mal. Ja. Scheiße. Warte, du musst, wir müssen aber aneinander vorbei wieder. Warte, warte, warte. Nee, warte. Warte. Genau, mach du dich einfach ganz klein und Hugo ganz groß. Jetzt ist es wieder falsch rum. So, warte, ich mach mich ein bisschen größer, dann mach ich dir das auf. Warte, 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 bleib nicht. Warte, stopp. Ja, ja, warte, warte. Ähm. Hugo. Du musst auf den Knopf stehen. Das ist, Donny, das ist gerade wie Herzblatt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt jetzt, ne? Wer wird dahinter stehen? Ich bin's. Nein! Du musst es klein machen. Ja, warte, warte. Ich bin den Traum an der Elbisse. Sehr gut. Hallo. So, den Hugo hab ich mir immer schon gewünscht. Hugo, geh in die Türe. Lass mich, ich schrumpf mich jetzt mal wieder. Hallo, Tony. War doch relativ easy eigentlich. Das war doch mega gut. Guck doch mal, das ist doch voll. Wir sind ein mega gutes Team. Guck mal, das gibt es diese Loadinger. So leicht auch. Das schwitzt sich denn so. Loadinger können wir... Das ist auf jeden Fall die beste Map hier, Alter. Immer nur mit zwei Leuten. Goik und Hugo ist aber auch ein Dream Team. Mein Gott. Hugo, lass mich. Lass mich doch mal... Ich will das zuerst... Ich will... Euer Timing ist auch so gut, ohne Scheiß. Alter, dieses Timing einfach. Hä, wie soll das denn gehen? Vielleicht einen Jump. Wie wäre es, wenn ihr euch beide zusammen aufeinander und dann läuft und dann springt einer, weißt du? Ja, warte. Komm, komm rauf. Hör auf zu springen! Was soll ich noch rauf? Was soll ich noch rauf? Mach auf mich rauf! Ja, ja, ich geh weg. Auf dich drauf. Ja. Spring! Oh! Junge! Hä? Ja, der andere hat Pech. Ach nee, der kommt mal raus. Oh, das ist ausgefahren. Hä? Äh. Hä? Das geht doch geil. Wie soll das denn gehen? Geh mal da weg. Denk schon. Was ist denn, wenn ihr aufeinander seid? Ihr fallt ja dann auf einmal runter und der andere könnte von dem anderen noch abspringen. Mhm. Dankeschön. Oh, try it. Wie sehr? Ja, mach mal, geh mal drauf. Bitteschön. Oh! Oh, Junge! Halt dich fest! Halt dich fest! Nice. Dankeschön! Bitteschön. Dankeschön. Ich freu dich nicht zu früh. Ich bin gespannt, was wir jetzt machen müssen. Okay, hier ist so ein Sprungbrett-Ding. Ja, Kammer müsste erst mal mitspielen. Einer muss links rauf und der andere auf dem Kopf dann weiter. Warte, ich kann nicht. Warte, Kammer, Kammer, okay. Jetzt, Kammer! Einer links rauf! Das geht nicht! Kammer springt mal nach links. Ja. Okay. Jetzt springst du, Doni. Und Kammer nutzt deinen Kopf. Das ist unser Teil. Komm da nicht rauf! Nie nutzt deinen Kopf! Du springst auf Doni und dann rüber. Nein, sie springt auf dem Hüpfe-Ding. Doni, du nimmst jetzt Kammer's Kopf. Hä, aber komm mal nicht so rüber. Ja, ich glaube schon. Geh mal ganz, geh mal ganz, nein, nicht so. Geh mal ganz an den Rand, warte. Chat ganz kurz, ich verlängere nach dem Event meinen Urlaub auf zwei Jahre. Was willst du machen, du? Geh mal so weit nach rechts, wie du kannst. Geh mal ganz an den Rand. Oh, verdammt, warte. Sorry, ich bin scheiß gesprungen, warte. Ich bin sprungen. Pass auf. Nee, geh mal auf meinen Kopf. Geh auf meinen Kopf. Ich geh jetzt ganz, und jetzt versuch mal zu springen. Versuch's mal. Fuck. Okay, nee, geht nicht. Du musst auf dem Kopf genau da jetzt. Ja, ist ja gut, Papi, warte. Warte, verdammt. Ich bin nicht vorhin genug gesprungen. Spring mal weiter. Fuck. Ich hab ne Idee. Doni. Ja? Sei dummer, der Kopf. Und lass mal Kammer springen. Was? Ja, geh jetzt mal. Da hüpft das Hübsche. Er will damit sagen, du bist der Holzkopf, du gehst da unten. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich machen soll. Ach so. Ja, okay. Einfach hüpfen. Okay, warte. Verpiss dich, danke. Bitte. Kammer. Komm, mach du, komm, komm, komm. Vielleicht bin ich der Holzkopf. Mach. Ja, gar kein Problem, pass auf. Oh, mach du euch die Mucke aus, so schläfrig? Ja, okay, bitte auf den Knopf jetzt. Kammer, geh auf den Knopf. Okay, ich glaube, wir müssen den Pfeil nach oben hüten. Oh mein Gott. Ja, ist das nicht dumm oder so? Boah. Ja, holt's euch Zeit. Da ist ein Pfeil. Einfach nur da springen, wenn der Pfeil da ist. Ach so, ich drück die ganze Zeit den Pfeil. Gut. Ach so, ich drück die ganze Zeit den Pfeil. Ja, damit geht's nach oben. Sehr gut. Aber ich. Golgi, geh in die Tür. Hauptsache nochmal Öl. Oh, Junge. Geil. Wir sind ein Megateam. Wir sind ein Legenden-Team, Alter. Ich bin den ganzen Tag den Pfeil nach oben gedrückt. Ähm. Wir sind tot, Doni. Was ist das denn jetzt? Nee, ist schon, wir sind schon durch. Es ist dunkel. Du warst doch schon drauf. Warum ist Licht aus? Nur weil du keine Augen hast. Guck mal, der Blog will euch was sagen. Hugo, ich sag's dir, wir hatten den schwersten Part. Ja, ist doch wirklich so. Ja, ich bin echt, ich bin so froh, dass ich das mit dem Team gemacht hab, ne? Boah. Ja, der andere kommt mir das bestimmt der richtige Weg, wenn der andere nicht mehr da hochkommt. Kommst du auf den Blog, Geulke? Das bin ich, tatsächlich. Aha, guck mal hier. Hier hinten musst du. Komm. Vielleicht gibt's ja irgendwo so einen Knopf, weißt du? Guck mal. Dann bleib mal stehen. Ja. Nach links. Ja, ja. Tschüss. Grau muss auf Blau, damit Blau mit Apoll. Irgendwas ist hier... Ich glaub beide müssen nach oben, oder? Ich bin jetzt kein... Kein Experte, oder? Also, ich komm nochmal nach rechts. Ne, wir haben hier noch... Ihr müsst jetzt... Diese Flecken machen mich wahnsinnig. Oh mein Gott, wenn wir klicken, dann machen wir Flecken. Guckt mal, wie schön. Ach, ihr seid das, ich hab gedacht... Hau mich mal wieder ab. Warte, ich guck. Können wir damit vielleicht irgendwas rausfinden? Oder euch nur nerven? Du kommst dann nicht hoch, ne? Willst du mal oben sein? Wie immer? Wie du meinst? Die Frage kenn ich, Alter. Willst du mal oben sein? Ja! Oh mein Gott, oh nein. Ja, ich musste hier... Das ist gut erstmal. So, wo bin ich? Karma, Karma, wir müssen uns schon wieder retten, komm. Karma, du machst das. Sehr gut, Karma. Alles klar. Einfach springen. Warte mal. Ha! Ja, okay. Alter, guck mal. Habt ihr das alle nicht gesehen? Hättet ihr denn die früher machen können? Karma, easy. Wir haben es einfach wieder gesaved. Finale. Es ist auch dunkel, Alter. Was ist das für eine Scheiß-Map? Doni. Das bin ich nicht. Ja, nee. Opa. Hugo. Hugo! Was denn? Der kommt doch her! Benutzt dein Gehirn! Ich such doch! Ich such doch! Falls irgendein besitzt. Ich such doch noch. Was suchst du denn? Das ist aber halt auch immer so ein schönes Arbeitsklima, ne? Wenn man so angebrüllt wird. Da kann ich auch am besten arbeiten. Ich bin irgendwo reingefallen. Oh. Okay, Karma. Warte. Hier ist Wand. Warte. Ja, ja, warte, warte. Du willst mich schieben? Nee. Geh mal ein Stück links, links, links. Bisschen. Ja, warte. So. Das ist auch Wand. Okay. Aber wir müssen nach rechts. Weiter kannst du nicht. Nee, ich kann nicht weiter. Hier ist irgendwo eine Lücke. Geh mal hier drüber. Okay. Shit. Hugo! Geh mal ein Stück weiter. Das müssen wir uns merken. Hier. Okay, links geht's neben. Ja, ja. Hier ist Ende im Gelände. Ja, genau. Ja, ja, ja. Sehr gut. Gut. Hier ist irgendwo das Ziel. Oh. Bitteschön. Ja. Wohin? Das ist eine gute... Oh, jo. Okay, hier, 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 hier. Frage ist jetzt... Ich geh vor, ich geh vor. Warte, warte, warte. Bleib stehen, bleib da stehen. Dann geh ich vor. Ich geh vor. Ich gucke. Ich check. Okay, hier ist eine Wand. Gleich zu zweit. Guck mal her. Ja. Nee, hier ist oben auch eine Decke. Warte, ich spring mal rüber. Pass auf. Fuck, nein. Da ist eine Decke oben. Schau mal, mach mal Licht an. Ich glaube, wenn du jetzt springst, müsstest du... Sprich mal Licht hier, hallo, hier. Warte. Warte. Nee. Da so. Aber hier ist keine Wand, glaube ich, oder? Doch. Fuck. Oh. Hä, da ist überall eine Decke. Schloh schaut schon nach Lösungsbuch. Nee, ich muss das schreiben. Das ist gut. Du hättest die GameStar gekauft. Okay, warte. Da geht so. Da, oder? Ja, aber da ist irgendwie ein Vorsprung. Da komme ich nicht hoch. Vielleicht ein bisschen weiter so? Habt ihr schon geguckt, ob ihr irgendwo eine Wand schieben könnt oder so zu zweit? Lass mal gucken hier nach... Oh ja, ihr könnt hier was schieben. Kommen wir mit nach links? Okay. Oh. Oh ja. Okay, wo sind wir jetzt? Warte. Okay. Haben wir gut gemacht. Haben wir richtig gut gemacht. Unser Part ist erledigt. Ja, wir sind safe. Easy. Wer ist grün hier? Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich bin grün. Oh, guck mal. Kammer wie von hoch. Ja, gar kein Mulde. Tschüss. Geh da rüber. Ja. Easy. Ja, komm mal. Ja, gar kein Problem. Alter, mit mir läuft das wie im Buch. Okay, wir springen ein Stück. Dann gehen wir mal ein Stück hoch. Ich glaube, einer reicht, oder? Du musst weg. Nee, nee, nee. Öh. Ja, hier. Öh. Ja, ja. Das haben wir easy gemacht. Guck mal. Gar kein Problem vor uns. Kammer. Ihr müsst... Blau. Blau und lila oder so. Ja, sorry. Ich bin ja das beschreiben. Ja, das ist gut. Nice. Geh da nicht hier hin. Nee, ihr müsst links lenken. Nee, die mussten, oder? Äh. Sorry, ich muss... Hugo, möchtest du spielen, oder? Ich muss der Headset, äh, Headset, äh, Akku wechseln. Äh, ich muss der Headset, äh, Akku wechseln. Was hat das jetzt so bedeuten? Ein schwieriges Rätsel. Mach Spaß, äh, mal Platz. Äh, Digga, was soll das bringen? Von da kommen wir. Du musst, äh, da, wenn wir irgendwo hin müssen. Oder hier. Siehst du? Da ist was. Deswegen springen wir weiter. Das wird so funktionieren wie eben. Oder ich muss noch höher. Es macht mich aggressiv! Ich kann auch nicht in die Einstellung gehen, damit die Musik leiser hört. Ich höre. Ich glaube, ihr müsst da links hoch. Auf die Dinger raus. Komm mal her. Da ist ein Aufzug. Aber hier fahren wir hoch. Achso, nur alleine. Ja, der Aufzug geht runter. Aber wie sind wir denn da hochgekommen? Kamen wir von da? Ja, von hier war der Schlüssel und ihr wart schon hier oben. Hier oben, oder? Genau. Hier ist irgendwo ein Aufzug. Okay, aber wo war der Start? War der hier unten? Haben wir den Aufzug schon mal benutzt? Ja, ja, zum Schlüssel. Ja, ja, den haben wir gefahren. Ich glaube, das ist eins. Hier ist einer. Ihr müsst hier hin. Wieso? Da ist es auch hin. Ah, das ist noch ein Aufzug. Genau. Und da oben habt ihr aufgehört. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier der nächste Stein ist und dann hier der nächste Stein. Gehen wir rüber, Hugo. Gehen wir mal hier so hin. Na, hier irgendwo ist was. Ja, auf den Punkt springen. Ja, da ist nix. Ja, du hast noch nicht drauf gesprungen. Ja, der lila. Ja, da. Ich bin jetzt ungefähr hier so. Dann hier. Ja, shit. Weiter, ne? Ja, ja, ja. Aber das ist der Way to go. Aber der muss jetzt auch runter, oder? Sonst kommt er nicht hoch, oder? Ja, ja, Hugo muss noch mal runter. Oh, nö. Hugo, das schaffst du. Komm. Carry da ja. Mach mal da jetzt Carry. Komm. Carry da ja. Springfield. Ja, jetzt mach mal. Komm, Carry mal. Komm. Nee, nicht so. Carry on my way. Carry noch mal. Hey, ich soll immer durch die Nase atmen. Und ich glaub, der andere ist hier. Komm, 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 komm. Komm, schlönen. Boah. So, ich muss mal zehn Minuten auf K, Alter. Also, ansonsten hau ich was in meinen Bildschirmen und lass das stecken. Zehn Minuten? Ja. Was? Was machst du denn jetzt zehn Minuten lang? Wichsen. Zehn Minuten lang. Meine Hose wechseln. Mir die Nippel einreiben. Mit Crema. Alles gleichzeitig. Mit der Zeit würde ich fünfmal schaffen. Ja, dann mach schnell jetzt. Komm. Wir warten. Und sonst so? Wenn Schlusi jetzt die Nippel eincremt, wie geht's euch? Also, das war so. Aber möchtest du die Möglichkeit nutzen, deine Musik leiser zu machen? Ja. Mach ich das denn? Außer im Windows. Mach doch in Windows. Karma. Mach doch in Windows. Ja, mach ich auch. Drecksspiel keine Option hat. Wollte gerade sagen, man kann das ja gar nicht leiser stellen. Mein Hirn ist schon macho. Ohne Scheiß. Die Musik machen. Mach's doch leiser. Über Windows. Einfach über Windows. Kommen euch einfach rüber. In Einstellung. Warte mal. Oh, jetzt mittlerweile genieße ich die Musik, glaube ich, wieder so ein bisschen. Das ist zwei Sekunden her, wo du gesagt hast, du hast sie. Das geht dich nix an, ich bin sprunghaft. Kurz ruhig, kurz ruhig. Ist der jetzt wirklich für zehn Minuten weggegangen? Ja. Was? Ja. Cool. Was passiert? Ich möchte es nicht hören, Karma. Lass es sein. Nach 800 Stunden darf man auch mal zehn Minuten aufgaben. Ja. Immer wenn Hugo lacht, muss ich... Äh, immer wenn Hugo hustet, muss ich lachen. Was ist los? Ich sag, immer wenn du hustest, muss ich lachen. Hustest? Ja. Event schreibst du mich immer an. Wunderbar, wenn du immer hustest, auch wenn du schläfst. Ich würde beantragen, dass du ein anderes Hotel kriegst. Karma, bitte. Bitte. Hör doch auf. Karma. Hör doch mal. Alter, ich müde dich jetzt an, wenn das der Kerim war. Was denn? Ich hör die Musik immer noch. Hä, wieso hörst du die Musik? Weil die entweder bei dir oder bei Karma so laut, dass wir sie auch hören. Oh. Oh, warte mal. Hier muss man auch kurz was nachkontrollieren. Ich hör sie nicht mehr, muss ich sagen. Hä, es leuchtet aber keiner von uns grün. Ja. Nur wenn ich den hier mache, hört ihr es. Ja. Ich dachte schon, es liegt schon wieder an mir. Da wird der Regler einfach mal geschoben. Aua. Was denn? Ist nur noch bei dir tatsächlich. Ich hab sie jetzt leiser gemacht. Ja. Ich muss die muten, also selbst leise bringen. Da krieg ich den Kopfschuss, ey. Ich bin gleich wieder da, ich will mein Liquid holen, tschüss. Zehn Minuten, oder was? Tschüss. 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 Dankeschön für zwei Bitsen. Ist sie jetzt wirklich, äh, die ist auch mal gegangen. Oh, Handy aufladen. Sie hat gelogen. Sie ist noch on stream. Sie hat gelogen. Jetzt steht sie jetzt auf. Oh, hat die einen Pyjama an? Die hat auch den seltsamsten Stuhl, den ich jemals gesehen habe. Was ist das für ein Stuhl, Alter? Ich glaube, der ist einfach, der sieht so unproportional aus, weil Doni ist ja, wie du weißt, real nur 1,20 groß, und dann wirkt der Sitz einfach so groß. Hallo, hallo, hallo. Test, Test. Das ist dieses Internet. Hallo. Hallo, 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 hallo. Nightbot. Dankeschön. Hallo, Nightbot. Mobot. Gut, Bruder, danke für ein Bitch. Bin wieder da. Warum hast du ein Pyjama an? Warum ist dein Stuhl so unproportional? Warum hast du ein Pyjama an? Da redet ihr mit mir. Ja. Hey, wieso habe ich ein Pyjama an? Was redest du? Du, ich sage, es ist ein Pyjama an. Ich habe dich beobachtet im Internet. Nee, das ist kein Pyjama. Das ist eine astreine Barbie-Jogging-Hose. Da, guck. Ja, gut. Und was mit deinem Stuhl? Wieso, was soll mit dem sein? Der wirkt so unproportional. Ist das, weil du eigentlich 1,20 groß bist und der deswegen einfach... Fängst du jetzt schon wieder damit an? Ich habe dir gesagt, ich bin stolze 1,64 Meter groß, Goike, okay? Stolze 1,64 Meter und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja. Was ist denn mit dir? Was ist denn dein Problem mit kleinen Menschen? Hast du Angst vor uns oder was? Ich finde halt kleiner sein auch besser, ne? Also groß zu sein wie Goike. Ich bin auch glücklich mit meinem 1,70. Oh, manche, ich kann... Musik killt mich langsam. Hallo, Schluchachs. Meint ihr, ist länger weg noch? Ich müsste mal kacki... Ist das jetzt... Kann man mit euch eigentlich Spiele spielen, ohne dass der eine seinen Nippel einkremt und der andere kacki machen geht? Ja, was soll ich machen, wenn Essen rein, Essen raus? Ja, weiß ich nicht. Drückt zusammen, zwickt zusammen, bis wir fertig sind. Seit eineinhalb Stunden drücke ich schon zusammen, zickzack. Das ist nicht mehr viel jetzt. Ja, dann geh aber schnell. Geh doch. Schnell ist ungesund, das gibt Hämorrhoiden. Was? Hämorrhoiden. Sagst du Hämorrhoiden? Hä? So wie es man schreibt. Ja, aber das spricht man nicht so aus. Wie denn? Hämorrhoiden. Ach, Irologlyphen, ja. Ach, Irologlyphen. Bist du jetzt schon gegangen? Nein, ich bin doch... Geh doch jetzt. Geh doch jetzt. Hast du ein kabelloses Headset? Dann nimm uns einfach mit. Nimm uns mit. Gut. Ich nimm euch mit. Nein. Mach aber mit Mikrofon. Ja, natürlich mit Mikrofon, sonst können wir uns doch nicht mit ihm unterhalten währenddessen. Ist er jetzt weg? Ja, aber er hört uns noch. Hat er echt mitgenommen? Oha. Oh nein, ich stelle es mir vor. Du stellst dir gerade vor, wie Hugo auf dem Klo sitzt mit dem Headset auf dem Kopf? Ja, tatsächlich. Ich glaube aber, ich glaube aber, Hugo ist so jemand, der braucht lange auf dem Klo. Glaub ich auch. Ja. So dieses Überproportional lang. Ich schicke mir gleich bestimmt wieder auf Discord ein Bild davon. Was? Warte mal, Goyke, was? Ja, er schickt mir mal random irgendwelche Bilder auf Discord. Nicht, wie er scheißen geht. Absolut, ich habe gerade was. Gut ausgerilltet, ne? Ja, aber wir wissen es. Er hat mir vorhin zum Beispiel einfach ein Fußbild geschenkt. Seid froh, wenn es beim Fußbild bleibt, ne? Ich glaube, der hört uns zu. Wie gesagt, jetzt bringst du den auf Ideen, ne? Ich glaube, Hugo ist so einer, der nimmt so feuchtig, oder? Ja, safe. Ich glaube, ob 60 fängt das an oder so. Und der braucht auch eine Zwischenspielung. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch einer, der raucht bestimmt auf dem Klo. Glaube ich auch. Aber links eine Zigarette und rechts eine 11 Bar. Und auf dem Schuss hat er so eine Zeitung noch ausgebreitet. Ich glaube, das ist noch so einer, der liest Zeitung. Hat da gerade jemand Hallo gerufen? Er hat so einen Korb mit Zeitung. Ja, hundertprozentig. Schön, die Brigitte. Wer ist nicht? Ich wollte es gerade sagen. Bild der Frau und sowas liest er. Aber wenn du ihn gleich fragst, sag ich, ah, wegen Sudoku. Was redet ihr? Hugo ist auf dem Klo. Aber er hört uns, er hat sein Headset mitgenommen. Und er hat ein Bild der Frau auf dem Klo. Ja. Kamer und ich haben das Bild im Kopf. Meint ihr, der klebt sich immer so Sticker da vorne auf den Oberschenkel, die vorne auf der Frontseite sind? Oh, ja. Safe, safe. So Motorräder und so. Und dann zieht er sich so ganz schnell ab und sagt, boah, guck mal, guck mal, was für ein harter Typ ich bin. Gar nicht gemeint. Er ist ein harter Typ. Er ist jetzt tätowiert. Vergiss das nicht. Oh ja, Entschuldigung. Also ich meine, da machst du keine Witze drüber. Menschen, die tätowiert sind, sind generell härter als die, die es nicht sind. Nur die Harten kommen im Garten. Ist einfach so. Ja, aber Leben ist nicht alles im Leben. Ja. Und die Härterin in die Gärtnerin. Lass dir schmecken. Alter, wenn wir hier mit dem Stream durch sind, bin ich auch durch. Ohne Witz. Der eine ist jetzt auf dem Klo, der andere geht seine Nippel eincremen und ich sitze die ganze Zeit hier und bannere mir die Musik. Ich kann das nicht mehr. Pass auf, Weg. Jetzt red dich mal nicht raus. Ich hab nur mein Liquid Gold. Das war 0,2 Sekunden. Ja. Ich muss kurz zur Tankstelle. Und deine Kinder haben dich danach nie mehr wiedergesehen. Ja. Will ich Zigaretten holen? Ja. Ja. Ja, und sonst so? Ja, ja. Bis Rücken? Ich freue mich richtig auf ein Event jetzt mit dir. Weißt du mal, warum, 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 warum immer so ich? Hä? Was ist mit dir? Warum immer so ich? Weißt du? Wir freuen uns alle, dass du kommst, meine ich. Halt's Maul, ehrlich. Wir freuen uns alle, dass du kommst. Halt dein Maul. Wir. Ja, was wirklich kam? Mir ist das schon auch gefallen. Wir haben ja zwei Gruppen. Einmal mit dir und einmal mit dir. Damit du auch wirklich die Information trotzdem bekommen. Warum, warum, warum immer, warum immer ich? Hä? Hä? Ohne Doni. Ich hab ja schon viel weirdes Scheiß in meinem Leben gemacht, ne? Ja. Aber uns dabei zugehört, während du auf dem Klo warst, noch nicht, ne? Alter. War gut? Ging schneller? Jamie, Jamie war on point mit dem, oh, ich stell's mir bildlich vor. Hast du ne Bild der Frau auf der Toilette? Hä? Print ist tot. Hast du doch aus dem Kindle da stehen, oder? Er hat ein Kindle mit Brigitte, nice. Hey, jetzt hab die Schnauze voll, oh, oh, warte mal. Wir haben einen mit Schild und einer hat ein Dach auf dem Kopf. Ich glaub, Blau muss als erstes. Blau muss als erstes. Ja, der Schloh, komm, sei unser Schild. Sei Schild, komm, mach Schild. Der Schloh muss aber nach unten. Warum? Der Blau muss da rein. Wegen dem Strahl da unten. Ich muss nach oben, warte mal. Spring da mal rein, Schloh. Ja. Vor, vor, vor. Smart. Komm. Und jetzt lass dir einfach sterben. Ja, warte, lass mich, lass mich. Ich gehe, warte, ich regle, warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ihr müsst hoch. Ihr müsst hoch. Geh mal oben drauf. Was für hoch. Was? Ihr müsst auf uns drauf. Ihr müsst auf unseren Kopf, Mann. Ja, ja. Zwei, zwei, zwei Schichten. Komm, drei Schichten. Warum müsst ihr immer so? Zwei, wenn ihr zwei seid. Ja, ich kann nicht vorbei. Einmal geringen Verdiener und einmal geringen Gutverdiener. So. Lila, die Kuro. So. Doni springt. Wir müssen noch weiter hoch. Genau. Wo hin? Spring hoch, Doni. Und hier, grau kommt jetzt. Wer hat kurz ein Schlag ins Gehirn bekommen? Goike. Warum? Ja, das frage ich dir auch nicht. Komm, Lila, sei Schild. Komm, mach Schild, mach Schild. Ich bin Schild. Mach Schild. Du bist Schild, mach Schild. Oh Mann, verpisst euch von meinem Kopf. Mach Schild. Goike, lass Schild vorbei. Dann lass den doch mal durch. Goike. Goike. Das ist der wichtigste Mann hier am Platz gerade. Das war dafür, dass er mich geblockt hat. Dafür, dass er mich geblockt hat. Jetzt kann er das Schild machen. Gehirn hat das noch nicht verstanden. Mach du doch Donut. Äh, Doni. Ja, kein Problem. Donut, mach das mal. Ja. So. Wir müssen jetzt hier eine... Zwei Türme. Zwei Türme bauen. Ja. Schaffen wir das. Zack. Doni. Warte, du musst... Warte, ich... Ja, wie geht's? Tschüss. Warte, warte, warte. Geh auf mich drauf. So. Easy. Boah, ihr seid... Ihr habt kein Gehirn. Wer war das? Wer war das? Ihr habt einfach kein Gehirn. Ich hab mich so gefreut, dass wir an der Tür sind. Lass mich vorbei. Nein. Ja, kein Gehirn. Rot, geh auf grün. Rot, grün. Rot, grün. Wenn du irgendeinen beim Zocken zusiehst und der ist richtig schlecht, der ist die richtige Aggression, das passt dir auch. Geh auf grau. Geh auf grau. Ja, warte, aber der gelbe muss doch trotzdem noch rüber. Ich muss als letztes. Kann ich jetzt los. Okay. Ja, du... Nein. Warte. Warte, 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 warte. Scheiß auf die, Bruder. Komm rauf, komm rauf, komm rauf. Wir brauchen die nicht, wir brauchen die nicht. Die sind viel zu toxisch. Ich hab so Bock einfach jetzt noch gehen, Alter. Ich hab so Bock einfach zu gehen und zu sagen. Ich möchte gehen. Ich möchte gehen. Mich juckt ein bisschen, Leute. Alter, ich hab in den Kratzen gespielt. Ich hab in den Kratzen gespielt, Leute. Geil. Sehr gut. Nie ohne mein Team. Nie ohne. Kannst du es noch anmachen, Schloh, dass du damit... Oh, hä? Oh, nö. Was ist das denn? Alter, wir sind im fucking Raumschiff. Alter, ich reite... Ich reite... Ich reite einen Penis. Was passiert? Ich wurde... Ich wurde geblockt. So, ich muss los, Kinders. Oh. Ey, sie war davor, das hat sich geändert. Safe, oder? Warum sieht das Ding aus? Nie, ja. Ich bin die Olle, Mann. Alle gespannt. Wo sind sie? Mein Gott. Los, toll. Das wird dauern. Man kann ja gegenseitig blocken, warte mal. Ihr müsst warten. Ich glaub, das ändert sich immer, hab ich das Gefühl. Ja, ich glaub, das ist besser, wenn wir einfach ein bisschen weiter hinten bleiben und nicht vorgehen. Dann sehen wir auch mehr von mir. Das sind nur Loser, die ganz hinten sind, ne? Der, der, als letztes ist ein Loser. Der letzte ist ein Loser. Ah, schluss, Loser. Ah, lalala. Oh, oh, oh. Oh, schieben, schieben, ah. Warum gehst du denn hoch? Ja, ich wurde auch umgepresst. Der letzte ist ein Loser. Der letzte ist ein Loser. Der letzte ist ein Loser. Oh, oh, oh. Ich brauche nicht. Ui, 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 ui. Okay. Theo. Oh. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. Der letzte ist ein Loser. Der letzte ist ein Loser. Deswegen ist das Spiel, das wäre voll einfach, eigentlich. Ja, das ist ein Loser, ne? Ihr habt ja alle gleich gehört. Die alle warten. Das sind aber immer die gleichen. So, weiter geht's. Schlo, schluss, du lässt nach gerade. Jetzt ist das ein Loser. Jetzt ist das ein Loser. Greedy. Oh. Scheiße. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Nimm mal einfach die ganze Wand und dann, irgendeiner kommt ja durch dann, oder? Warte mal, ich versuch's mal hier oben. Nein, der kommt. Sag mal. Es ist immer an der gleichen Stelle. Nein. Nein. Ist es. Nein. Okay, wenn du sagst. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Sag mal. Nee, war doch nicht. Leute, jetzt chillt doch mal einfach. Chillt hier. So, stopp. Komm, alle. Wir machen ein Schild. Dann chillt, damit wir ausweichen können. Ist immer gleich, Leute. Ja, du siehst doch, wann es kommt. Dann flieg doch nicht so weit vor. Lass mich doch durch. Flieg halt nicht vor, wenn du kein Gehirn hast. Flieg hinten. Was ist mit dir? Warum? Gollk, du bist der größte Esel, Alter. Warum hast du das? Aber wie hart du hier welche blocken kannst. Ja, ja. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Das kann sich tatsächlich ändern. Ihr dürft euch nicht von links einholen lassen, glaube ich. Gut. Mach auf. Oh, Kinder. Soll auf sein. Jetzt schön noch gegen die rote Wand fahren. Schnell. Oh, nein. Alter. Das war jetzt so anspruchsvoll, wirklich. Könnt ihr jetzt einfach da reingehen, bitte. Bitte. Auf die Huber, lass ich wieder raus. Geht auch aus. Komm, rein jetzt. Nächste Level. Wir haben noch was. Du scheiß Esel, Hugo. Bin mit meinen Ohren hängen geblieben. Das tut mir leid. Habt ihr die kleinen in den Händen rum. Ich kann das nicht mehr. Hattet ihr die kleinen in den Händen rum. Njum, njum. Du bist Esel. Starke Leistung, Leute. Wir waren schon durch, du Hupensohn. Wir waren schon durch, du Hupensohn. Niemandem. Ich bin selber ein Esel. Du wolltest nicht in die Tür rein. Du hast gesagt, ich rauch noch eine draußen. Nicht blocken, nicht blocken. Wir hatten's doch. Ich kann nicht mehr hoch. Ja, dann bleib doch in einer Reihe. Ich bin doch hinter dir. Du warst eben nicht hinter mir. Obviously. Alter, schloh. Wegen dir. Bleib jetzt hier hin. So, dann gucken wir das. Du dummer Bastard. Du kannst auch nach hinten. Du dummer Bastard. Er wollte wieder entspannt Auto fahren. So, ruhig jetzt. Schorloks. Ruhe. Ganz vorsichtig. Mein Ohr. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Da haben zwei Leute kurz den Nitro gezündet, damit sie direkt gegen die Wand fahren. Ja. Jetzt haben wir's raus. Ich weiß nicht, dass das vorher. Hallo. Er lacht. Einer. Einer. Einer oder keiner. So lang war das Level, kam mir gar nicht so voll. Schafft ihr das? Wenn man's 80 Mal macht. Jetzt lass uns einfach in die Türe rein. Schliessst du vor. Hugo. Ja, das klingt so leicht. Hugo. Schloh. Hugo, das ist... Kennst du diese Screensaver? Halt mir DVD-Bildschirm. Kannst du jetzt... Oh, mein Gott. Oh, er macht wieder... Er ist so dumm. Er ist so dumm. Screensaver abgestürzt. Was soll ich dagegen tun? Hugo, bitte. Das Schlimmste kommt jetzt. Stage 2. Hier. Geuke, was ist denn mit dir? Ich bin blau, Entschuldigung. Du bist ganze Zeit schon grün, Geuke. Ja, natürlich bist du blau, weil du ja ganze Zeit blau schon bist, ne? Stimmt. Ey, Leute, ich bin grau, oder? Ja, ja. Ja, ja, ich bin grau. Wenn du jetzt isst, kommst du auf den Boden. Ja, ich bin auch grau. Grau ist am Limit auf jeden Fall. Da unten. Ja, ja, schafft ihr das? Ihr müsst nur W, A, S, D tatsächlich, ne? Bitte jetzt... Bleib hier hinten an der Wand. Hugo, jetzt geh doch in die Türe. Was soll es denn? Ja, Digga, du hast dreimal das Level neu gestartet. Nee, ich war das nicht. Das war das Game. Das war das Game. Ihr macht es euch aber auch extra schwer. Hä, was müssen wir machen? Wir müssen so lang... So lang... Ich hab grad einen Hänger. Ich hab einfach irgendwas getippt. So, na, wir mögen schon die Null kommen. Oh, ich dachte mal, mehrere Versuche. Ja, gut, ne? Hä? Genau. Wir müssen so kurz vor Null stoppen, wie es nun geht. Wir dürfen nicht zusammen mehr als drei... Oh, Entschuldigung. Sorry. Ich hab 0,06. Amina, zick, zack. Komm, das unterbiete ich. Okay, einer hat schon acht, deswegen ist es schon vorbei. Achso, ja, toll. Wow. Danke, Hugo. Hugo. Digga, versteht ihr das Spiel nicht? Ich wollte ja doch, jetzt verstehe ich's. 0,01. Das ist stark. Ach, scheiße. Oh, den scheiß Schlüssel, den pisser da da rum. Das ging doch. Voll einfach. Ich hatte Angst, das zu verkacken bei 0,006. Ja, Hugo hat sich gar nichts gedacht. Da funktioniert nämlich das Gehirn nicht. Da bräuchte ich erst mal Therapie oder so. Small Karma, halt Small Karma. Halt Small. Sorry, ich höre nur Leere. Die kommt von dem Gehirn. Oh, ich will mich wieder hier entlargen. Achso, erst klein werden. Ich will auch, geh weg da. Ich will auch klein werden. Ich geh weg. Ich will zuerst klein werden. Jetzt geh weg. Nein, ich will auch klein. Nein. Geh weg, geh weg. Tief. Noch kleiner geht nicht. Baby Hugo. Ja, ich kann nicht mehr nach links laufen. Warte, warte, warte. Nichts zu schnell groß werden. Spring mal einer auf mich drauf. Nee, man kann nicht mehr. Nein, nicht blocken. Du kommst nicht drauf, warte. Ich mach mich noch ein Stück kleiner. Warte, warte. Warte, ich mach Brücken. So. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir nur ein bisschen näher ran. Schloch. Schau, Lox. Ja, bitte. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wir brauchen noch einen größeren. Wir brauchen noch einen größeren. Warte. Big Daddy kommt. Der passt da bestimmt durch. Ja, ja. Guck, ihr. Wir brauchen sechs Leute hier oben. Wie? Sechs. Ja, warte. Wir gehen alle auf dich drauf und dann... Warte, warte, warte. Kann ich nicht größer werden? Nein, bleib doch. Ach, drauf. Komm nicht drauf. Bleib da oben, Hugo. Geht auf mich drauf, Mann. Geht doch alle auf eine Person. Und diese Person wird maximal groß. Alle anderen sind klein. Und dann gehen alle da durch. Und dann schieben wir das Ding. Danke. Dann komm mal gelb und pink eben drüber. Wir kommen nicht auf gelb drauf. Gelb muss ich kleiner machen. Kommen die auf mich drauf? Warte. Dann mach ich Treppe. Alle auf den Kopf. Grün verpiss dich. Grün, was machst du? Du hast doch gesagt, alle auf den Kopf. Alle klein werden. Lass mal alle auf Doni. Doni ist am nächsten am Plus. Dann mach Gelb sich auch noch klein. Will nicht stören, aber fühl mich einsam. Komm rauf. Komm rauf. Du nimmst einfach ein Stück. Ah, da geht's. Okay, perfekt. Nein! Warum seid ihr denn runtergegangen? Ich hab mich nicht mal bewegt. Egal. Mach dich ganz klein. Mach dich klein. Warte, ich kann nicht springen, wenn einer auf mich drauf steht. Warte, ich muss da rüber. Ich fühl mich einsam. Okay. Aber rauf da, komm. Nein, wieso ist... Ich mach mich jetzt groß. Ja. Ja, ja, ja. Komm, Freunde, komm. Schnell. Hä? Warum? Hä? Hä? Was war das denn? Ich hol euch. Warte. Ich hol euch nochmal. Warte. So, jetzt komm. Okay. Komm rauf jetzt. Komm, schnell. So. So. Komm mal. Bitteschön. Sehr gut. Jetzt alle das Ding runter schieben da. Danke fürs Erklären. Ohne, ohne dass du es gesagt hättest, hätte ich das überhaupt nicht verstanden. Ist da jemand halzig? Weiß ich nicht. Ist da jemand hässlich? Kann sein. Müssen Fremde beurteilen. Ich finde, wir haben das ja auch super gelöst. Tatsächlich. Ich finde auch, das ist auch eine schöne... Ja, das Ding ist halt, da ist halt wirklich Potenzial, bis auf bei zwei Leuten, da fragst du dich halt irgendwann. Ja, bei Hugo und bei Goyke, Alter. Die sind echt dumm. Ja, ich wollte jetzt keine Namen nennen. Ey, Alter, was hab ich denn jetzt... Warum? Komm mal, komm mal, komm mal her. Warum bin ich dumm? Und dann immer... Warte. Ich glaube, wir müssen da Dreier rein oder Zweier reinmachen. Dass ich derjenige bin, der so ein Spiel ernst spielen muss. Warum bewegt sich Grün, wenn Grün in der Mitte ist? Was ist das hier alles? Da müssen wir aber eh zu langsam. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja, schau doch mal. Wenn alle miteinander arbeiten, das funktioniert doch wunderbar. Wir sterben, wir sterben. Hä? Oh mein Gott, oh scheiße. Das geht auf Zeit. Okay, okay. Ich bin nicht dumm. Jetzt Highspeed, Highspeed. Highspeed. Nein, Kamera. Runter von mir, ich kann nicht messen. Bin ich dumm. Ich wollte noch... Okay, unten rechts ist alles sauber. Ja, 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 wir machen das. Wir müssen noch nach links. Bleibt doch einfach stehen auf meinem Kopf. Das passt ja von der Zeit wieder nicht. Wir machen erst die linke Seite. Wir machen drei Leute aufeinander. Drei Leute aufeinander gehen nach links. Unten und oben gleichzeitig. Wir haben das schon alles fertig. Und dann nach rechts. Es passt von der Zeit nicht. Doch, doch, doch. Okay, pass auf. Karma. Mach doch den oben da. Das ist die einzige. Einfach eine kleine Treppe oben, eine kleine Treppe unten. Dann machen wir die linke Seite clear bis ganz an den Rand. Eine Person muss mitlaufen. Und dann machen wir die rechte Seite clear. Oben bleibt oben, unten bleibt unten. Also drei, drei. Ich habe nicht zugehört. Okay, dann ist die Kamera. Komm, wir machen wieder oben rechts zusammen. Komm, komm. Komm, komm, komm. Brenner noch links. Brenner noch links. Drei, drei. Drei, drei. Gelb und lila. Drei und drei. Dafür brauchen wir hin. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme nicht runter. Ich komme nicht hoch. Ich kann gar nichts. Gar nichts kann ich machen. Und jetzt nochmal. Eine Treppe. Eine Treppe. Eine Treppe. Eine Treppe. Schluss. Treppe. Brot. Block. Block. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Block. Verhol den. Brot, Schlüssel und Türe. Ja, ja, ja. Wie ich gesagt habe. Schlucki rein. Schluck. Schlurrocks. 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 Scharlocks. Ich liebe dieses Spiel. Es stärkt unsere Freundschaft. Ich würde euch mein Leben anvertrauen. Oh, das sind viele Knöpfe. Okay, warte. Das müssen alle gleichzeitig drücken. Gehen wir kurz nach rechts hoch. Ah, wir kriegen damit Sekunden. In Last, Hilfe. Ihr müsst zurückkommen. In der Runde mache ich mal keinen Call. Einer hoch? Ja. Oh, der muss wieder zurück. Ja, schnell. Warte, warte. Kommt Rot rechts runter? Ja, okay. Schnell, Rot, schnell. Rot. Ja, ich habe den Schlüssel. Mach erst mal die Tür auf. Komm hier runter. Lass mich runter hier. Ich kann nicht aufmachen. Türmt auf. Koko. Wer hat denn die Schlüssel? Ich hatte den Schlüssel. Nein, ich hatte den Schlüssel. Ihr müsst doch nicht die Flugzeug alle auf einmal in die Türe quetschen. Ja, geh doch schon. Ich verstehe halt nicht, warum du nicht aufgeschlossen bist einfach. Ich bin dann aber so schön, wenn man so die Verzweiflung in Schloß stimme halt so. Was für Leute kenne ich hier eigentlich? Hol, hol. Ah, jetzt hat Doni den Schlüssel. Doni hat mir den Weg. Gems hat ihn. Weg. Der Letzte kriegt immer springt alle aufeinander, springt alle aufeinander. Ich springe immer aufeinander. Mein Gehirn. Zwei Sekunden. Einfach zwei Sekunden. Aber geschafft ist geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf euch. Boah, das Lück wird das auch anders. Oh, nee, ne? Ja, ganz nach oben kommen wir nie wieder. So, doch, doch. Hier, einer muss zu mir. Hier, rechts, rechts, rechts. Auf meinen Knopf, Mann. Sehr gut, sehr gut, Jamie. Okay, haben sie. Ja, ich... Ich muss auch trauen. Ich will mich nie raus. Schnell, schnell. Ja, easy, schau mal. Wir werden immer schlauer. Merkt ihr das euch? Ja, man merkt wirklich, man merkt ein Problem. Einfach mal ein paar Knöpfe drücken, Kinder. Wartet, ihr müsst immer hochbauen. Ja, ja, wir müssen wieder hoch. Ja, ja, geh hoch. Ich glaube, das reicht, oder? Oder müssen wir noch einer? Geh hoch. Geh einfach hoch. Es muss noch einer. Es muss noch einer, es muss noch einer. Warte, ja, ich bin da, ich bin da. Ey, ey. Nein. Scheiße. Ja, gut, ne? Ich komme zurück, ich komme zurück. Warte, Lila, ich komme, ich komme, ich komme. Komm, 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 komm. Blablabla, blablabla, blablabla. Teamwork, teamwork, teamwork. Push with me, push with me. Ja, und einer kommt jetzt mit durch. Ich habe Schlüssel gemacht. Ja, ja, lass den ruhig verrecken. Lass den verrecken, ja, ja. Lass den verrecken. Hilfe, schiebt doch irgendwie weg. Ja, komm doch. Ja, kann ich nicht. Schiebt doch. Schiebt doch. Ihr Pommesarme, ich komme nicht. Wenn du denkst, man hat das Level geschafft, aber es gibt. So, Kinder. Hugo. Sorry, reingeschlafen. Vielleicht bleibt bei dir, Grün. Noch einer hoch, noch einer hoch. Alter. Und jetzt schön vor die Köpfe alle wieder. Direkt durch, direkt durch, weiß. Blau muss durch, blau muss durch, blau muss durch. Blau muss durch. Ja, easy, komm. Das ist doch keine Herausforderung. Das war die schnellste Zeit. Das ist doch keine Herausforderung. Oh, gerade auch ein Abzeichen bekommen. Schnellster Rekord der Welt. Komm, jetzt ist es nur für den X. Und dann haben wir alles gemacht. Ich wurde gebannt. Was? VC-Bahn. Einer hat Michael Zecker geportet. Das Ding. War einfach zu gut, kann nicht sein. Unter 70 IQ. Goyke. Goyke. Ja, das war, ich wusste, ich wusste es, dass er kommt. Ihr dürft nicht den ganz nach rechts schieben. Du sollst. Du bist da drüber. Ich hab den nicht. Jetzt? Den können wir doch runterschieben, dann kann ich die anderen hoch. Kannst du mir den runterschieben? Natürlich. Yes. Dankeschön. Dankeschön. Oh, der K.O., der wartet. Ich hab gewirrt schon. Sorry, sorry. Ich hab gewirrt schon. Wrong, wrong, wrong. Ja, sehr gut gemacht, genau. Nicht gesehen. Das hab ich auch nicht gesehen. Wir haben den roten Knopf noch nicht gedrückt, ganz links. Sollten wir das vielleicht? Wer war das? Wer hat das gehört? Unterwegs verloren wieder. Mir ist mein Rüst in die Quere gekommen. Ey, es sind immer die zwei gleichen. Es sind immer die zwei gleichen. Ich kann gehört haben. Tut mir wirklich leid. Was ist denn? Du bist so drin, Leertaste zu drücken. Sprinke hoch, Grünke. Diesmal darfst du. Diesmal darfst du. Wenigstens kann man mit dir auf einen Behindertenparkplatz parken. Wir brauchen den Block hier unten. Warte, komm rüber. Oh, ich hätte ja Bock auf den Kaiserschmarrn. Ihr könnt ja ihn machen. Komm noch raus jetzt, ja. So. Und jetzt? Könntest du dich... Danke. Wie mach ich das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Geh du mal einfach weiter. Guck mal, dass du erstmal den Schlüssel irgendwie kriegst. Mir passiert ja nichts, wenn du springst. Ja, aber jetzt bist du ja los. Ja, warte doch mal. Vielleicht gehen sie ja weg, wenn wir den Schlüssel haben. Okay. Wir haben verkackt. Ich weiß. Oder? Nee. Was war das denn? Was ist denn passiert? Guck mal, grün. Grün, geh mal bitte kurz einmal auf den roten Knopf drauf. Gleich einmal ganz kurz, bevor die anderen was machen. Geh mal bitte jetzt. Der ganz linke, pink. Geh mal bitte auf den roten Knopf. Ja. Guck mal, was der macht. Geh mal. Schau mal. Ah. Okay. Der muss da stehen bleiben. Okay. Könnt ihr noch mal machen? Ich hab nicht genau gesehen, was er macht. Bruder, hast du keinen Augenkopf oder was? Und jetzt? Ah, warte mal. Der muss auf unseren Kopf, oder? Aber warum? Und dann können wir damit das blocken. Warte mal. Stell den mal hin. Hör mal auf kurz mit dem Knopf. Mach den mal vom Kopf runter. Nee, nee. Oh, genau. Jamie, komm mal bei mir ran hier. Ich kann mal nicht springen. Komm bei mir ran. Nee, nee. Komm bei mir ran, Jamie. Nimm mich auf den Kopf und komm mit mir ran. Drück mal den Knopf. Blau weg. Weg, Blau. Drück mal den Knopf. Weg, Blau. Blau weg. Weg, Blau. 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 Hör doch mal auf mich. Das sollte ich wissen. Hugo, halt doch einfach mal dein dämliches Schandmaul, du dummer alter Mann. Mit IQ eines Esels. Das geht. Jamie, geht da drunter? Diese Liebe und wie sie steigert sich mit jeder Minute in diesem Spiel immer mehr. Das ist wunderschön. So, dass es hier keinen Timer gibt, ne? Kennen Sie das? Wir können noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, wir dürfen das irgendwie auf den Kopf. Ja, genau. Und jetzt komm mal an mich ran. Harte. Ah, Hugo will einfach nach links rüber laufen. Genau. Ich will ihn auf den Kopf rufen. Wenn er auf dem Kopf ist, drück mal nicht. Stopp. Nee, drück mal jetzt nicht. Ach so. Ja, stimmt. So, jetzt machen wir. Oh, das ist jetzt aber Timing. Boah, sieht toll aus. Dazwischen, glaube ich, Hugo. Ja, und jetzt Hugo? Jetzt muss noch einer drei. Geh mal ein bisschen nach rechts, Hugo. Hugo, was jetzt? Was jetzt? Ein bisschen nach rechts, dass einer hochspringen kann. Wir haben damit aber noch immer nicht gelöst, wie grau sich jetzt übrigens... Nein, nein, das ist ja egal. Lass Hugo zu Ende denken. Lass Hugo zu Ende denken. Das andere ist scheißegal, weil Lila muss E. Mit Lila machen wir das E. Aber grau muss überleben. Ja. Aber grau kann den Knopf drücken. Pink kann den Schlüssel holen. Und am Ende kann grau pink wieder da rausholen, oder nicht? Aber wie ein Denkfehler. Nee, du brauchst ja einen Block oder eine andere Person, um hier hochzukommen. Ja, richtig. Wir haben den Block dann ja frei und brauchen den Block dann gleich nicht mehr, wenn wir den Schlüssel haben. Ah, das meinst du? Okay. Aber Pink hat ja keine Probleme damit, den Schlüssel zu holen. Nee, eigentlich nicht. Nicht, wenn eine vernünftige Treppe gebaut wird. Okay. Dann Hugo... Dann... So. Gut. Wenn Pink auf den Block hüpft und grau... Oder jetzt Lila auf unten bleibt, um den anderen Knopf zu drücken. Der Endgegner hat den Knopf. Ja, Pink muss auf den... Eigentlich muss der Klotz... Und... Der Klotz muss jetzt links rüber. Ja, genau. Und der Pink muss da drauf halt. Okay, aber ich kann jetzt nicht runter, weil ich sonst die grauen und grünen kille. Das ist richtig, weil die müssen auf die andere Seite. Aber wir sollten... Schauen wir mal. Okay, Hugo. Hüpf auf mich. Guck mal. Komm mal kurz nach rechts. So. Wenn du jetzt... Wenn... Ich jetzt Hilfe. Drück mal den Knopf. Siehst du das? Dann schießt es mich hoch. Das heißt, wenn der Zweite unten bleibt für den Knopf und wenn wir alle nach rechts gehen, sodass wir da keinen mehr lassen, kann derjenige mit dem Schild auf dem Stein hüpfen, um den Schlüssel runterzuholen. Danach schieben wir den Stein nach unten, damit der Letzte wieder hoch kann. Okay. Alter, mein Hirn macht es nicht mehr. Aber ich vertraue dir einfach. Ja, ich auch. So, geh das mal hoch. Okay. Sind alle oben. Und jetzt? Warum schiebst du den Stein? So, der Stein muss da oben bleiben. Okay. So. Gelb bleibt da stehen. Gelb bleibt da stehen. So. Pink, du bist jetzt der Knopf-Spammer gleich. Ja. So. Entschuldigung. Hugo. Was denn? Geh doch richtig. Um was drüber! Safe Sinn. Weiter! Spammer den Knopf. Kann nicht. Ich komme nicht meine Knopf ran wegen am Bildschirm. Die Leute sind soweit drüben. Da stand auch noch jemand. Der Roter noch stand. Willkommen auf mein Kopf, Gelb. Los. Weg mit euch. Wir könnten auch. Junge, das ist halbe Wissenschaft. Ich hoffe, ich kriege ein Zertifikat am Ende. Wenn wir rechts stehen, sind wir zu weit. Ach man. Was war denn jetzt dein Plan? Ja, einfach nur zur Seite gehen. Okay. Wenn irgendjemand einen anderen Plan hat, dann machen wir den anderen Plan. Aber das ist das Einzige, was wir gerade ausprobieren können. Ja, das hat Trine. Was ist denn, wenn einer hochgeht, den Stein nimmt und auf den, der das Schild hat, drauf legt und der, der das Schild ja hat, kann ja rüberkommen. Also der kann sich den Stein ja später zurechtlegen und einfach aufspringen. Wir können auch noch 19 Pläne machen, aber wir schaffen es nicht mal einen zu versuchen gerade. Geht mal alle rüber. Warum bist du jetzt gesprungen? Er ist einfach Legastheniker oder so, keine Ahnung. So. Einfach der Endboss in dem Gang. So, was ist jetzt mit dem Block? Jetzt seid ihr doch viel zu weit rechts. Warte, geh du auch noch drüber. Wohin mit dem Block? Warum sind wir zu weit rechts? Achso, wegen dem Knopf. Nicht drücken. Du hast recht. Ja, aber wir müssen alle rüber halt, ne? Hugo müsste ein bisschen an links. Dann muss das Ding da runter. Wie haben wir das denn eben geschafft? Wenn wir den Stein auf den Knopf stellen, haben wir auch kein Vorteil, weil dann hüpft er ja von alleine. Ja, ich kann es so machen, dann kann Jamie noch rüber. Ja, kann er nicht. Doch, der kann ja auch Doni drauf und rüber. Doni, geh mal nach rechts. Oh mein Gott. Hä? Hä? Echt? Mein Spiel ist abgestürzt. Das war für das Game zu viel einfach. Das Level wurde nicht konzipiert dafür, dass es gelöst wird und wir waren so nah dran. Spieler hat gesagt, nein. Ja gut. Cool. Ja, war... Ne, ich bin mir sicher, Schlort einfach geragequitted jetzt. Ich kann nichts drücken. Ich kann nichts tun. Ich auch nicht. Darf ich einen Wunsch äußern? Ich hab gar nichts gequittet. Können wir dieses Spiel bitte niemals in einem Event spielen? Wir müssen das ja noch finishen. Morgen dann. Morgen selbe Zeit bitte. Wird furchtbar, wenn wir das jemals in einem Event spielen. Wir können das auch zu acht spielen. Alter, das geht ja gar nicht. Ich guck mir ja gar nicht raus. Ich muss Taskmanager machen. Was ist das denn? Oh. Das ist ja schade, dass das abgebrochen ist. War eine gute Runde, Leute. Cool, super Runde. Super Runde. War schön. Wirklich, ich hab's richtig genossen. Immer wieder Freude. Wir haben morgen selbe Zeit, nochmal. Bis wir es gelöst haben. Okay, morgen wann? 20 Uhr. Morgen 20 Uhr so. Okay. Oh, da hab ich Buntfäsche. Deine Mutter. Dich brauchen wir eh nicht. Dein Gehirn ist so. Ich weiß nicht, ob ich morgen kann. Nein, nein, wir brauchen dich natürlich. Du bist super. Ich würde spontan dazu kommen, wenn ich kann. Also wenn ich darf. Das Spiel ist Gold. Naja, sicher. Das ist einfach Gold. Das ist fantastisch. Das ist tatsächlich Gold, weil man sieht direkt, wer kein Gehirn hat. Weil ich mal die Taste falsch gedrückt habe. Ja, weil Gehirnaussetzer. Alter, bei mir öffnet sich nicht mal mehr der Taskmanager. Ich guck gar nicht mehr raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich würde sagen, wir spielen das beim Event, aber jeder hat eine Nerf Gun am Platz. Das ist eine super Idee. Dann stirbt einer. Mit verbundenen Augen. Und der Mitspieler muss sagen, weil man springen und gehen soll. Ich hab mich noch nie so wütend erlebt. Jetzt mal ohne Spaß. Ich komm aus dem Spiel nicht mehr raus. Nicht mal mein Taskmanager öffnet sich. Bin ich mir eigentlich noch da? Hallo? Ja, weißt du, woanders liegt? Weil scheiß Discord sind. Das hat nix mit Discord zu tun, Mann. Weißt du, wir haben uns wunderbar die ganze Zeit unterhalten. Außer du bist die ganze Zeit nur am rumzicken. Ey, was ist denn los mit dir? In dem einen Spiel ist einer sickig. Der hat mimimi. In dem anderen Spiel haben zwei kein Gehirn. Der eine will einen Discord, Alter. Was ist das für eine Schatzgruppe hier? Ich finde, wir sind eine fantastische Gruppe. Ich finde das nicht fair, dass du so über unsere Gruppe sprichst. Ich finde, wir haben auch viel Spaß gehabt. Ja, ich finde tatsächlich. Ich glaube, ich bin ein Gott gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017